In diesem Video geht es um die besten Allesschneider. Der Qualitätssieger in unserem Allesschneider-Test geht an den Ritter E16 Duo. Beim Allesschneider E16 Duo Plus ist neben dem Wellenschliffmesser ein zusätzliches glattes Schinkenaufschnittmesser im Lieferumfang enthalten. Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird diese kleine Schneidemaschine mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Nicht nur Brot, auch Obst, Gemüse, Käse und mehr kann man mit dem Gerät ganz einfach schneiden. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Für den Kurzbetrieb wird der Schalter auf Position 2 gedrückt. Das Rundmesser läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt. Für den Dauerbetrieb wird der Schalter auf die Position 1 gedrückt. Das Rundmesser läuft in dieser Betriebsart, ohne dass der Schalter gedrückt gehalten wird. Die Schneidgut-Auffangschale wird unterhalb des Rundmessers platziert, sodass darauf die geschnittenen Scheiben fallen. Der Schlitten des Allesschneiders E16 Duo Plus kann bei übergroßem Schneidgut oder zur Reinigung problemlos abgenommen werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Greff G50. Das Wellenschliffmesser mit einem Durchmesser von 170 mm eignet sich gut für Käse, Aufschnitt, Obst oder Gemüse und auch insbesondere für Brot mit harten Krusten. Durch den Safety-Verschluss lässt sich das Messer ganz einfach und sicher zur Reinigung abnehmen. Die Messerabdeckplatte hält das Schneidgut vom Messer fern. Die Rillen auf der Oberseite unterstützen die Leichtgängigkeit und sorgen für gleich starke Scheiben. Der Schlitten ist stabil und großzügig. Über die gesamte Schnittlänge wird so auch Großes und Schweres geschnitten. Zur Reinigung ist der Schlitten abnehmbar. Über die stufenlose Schnittstärkeneinstellung von 0 bis 20 mm lassen sich alle Schneidgüter nach Belieben von fein bis dick aufschneiden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Allesschneider-Test ist der Emerio MS 125.001. Brot, Gemüse, Käse und Schinken perfekt schneiden. Mit dem 2-in-1-Multi-Cut-Messer aus Edelstahl wird alles sauber geschnitten. Das Gerät hat einen Restehalter, einen Daumenschutz, einen Momentschalter mit Einschaltsicherung und Saugfüße für sicheren Stand. Individueller Genuss. Ob dicke Scheibenbrot oder dünne Scheibenwurst, Sie können die Schnittbreite von 0 bis 15 mm stufenlos einstellen. Dieser Allesschneider von Emerio wird in der EU produziert. Die 2-in-1-Messereinheit kommt aus Deutschland. Die Kunststoffteile dieses Produktes sind Bisphenol A-frei, BPA-frei und somit absolut bedenkenlos bei der Nutzung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Das Gerät hat einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.